Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fortnite hier auf meinem Kanal. Ich starte direkt in die Runde. Ich würde gerne in dieser und in der nächsten Runde halt das mit dem Wolf und dem Wildschwein mal machen. Diese drei Orte muss ich besuchen. Wir markieren uns erst einmal das da. So, mal schauen wo der Bus lang fliegt. Nebenbei natürlich Wolf und Wildschwein, also in dieser Runde ein Tier, in der kommenden Runde ein Tier und ich bin mal gespannt. Die allererste Folge hat sich bei mir um den Season Pass gedreht. Die darauffolgende Folge bin ich der 15. geworden. Aber nicht so wild. Kriegt man alles hin und der Bus fliegt so, dass ich tatsächlich die Orte besuchen kann. Das ist mal voll geil. Ich habe keinen Bock auf die Musik im Hintergrund. Das überschneidet sich sonst mit meiner Musik nicht einblende oder einspiele mit. Deswegen halte ich mich da immer so ein bisschen fern von den Leuten in der Lobby und ja, guck mir das Schauspiel von hinten an. So, ich würde sagen wir landen erst da wo ich markiert habe und dann gehen wir zu den anderen drei Orten. Ja, ist sogar im Pilz-Biom. Okay, mal kicken hier, wie es wird. Waffe brauche ich nicht unbedingt, denn ich will einfach nur die Aufgabe erledigen. Wenn ich eine schöne, gute, geile One-Shot-Waffe finde, nehme ich die gerne. Wobei One-Shot ein bisschen übertrieben ist. Und vielleicht deckt man hier auch gleich mal alles auf. Das wäre auf jeden Fall Baba-mäßig. Ich lande aber nicht direkt hier, sondern ein bisschen außerhalb natürlich. Ihr kennt mich. Safety first. Das ist meine, die mieser sind. Fortnite. Ich bin da nicht so der Typ, der unbedingt drauf gehen muss. Okay, und hier gibt es einfach gar nichts. Wow! WTF! Holy war das knapp Nächste Storte Ich muss das Biom erstmal genießen, das ist ja Hammer Geil Ich kann nicht pilzen oder abbauen, cool Nice Wir wollen jetzt aber mal dort hingehen So, der andere Ort ist dann dort Da werden wir jetzt auch Wir gucken uns das in den darauffolgenden Runden auf jeden Fall mal an Geil Geil Geil, schreit auf den Wolf Ist das geil Oh Mann hat der Ausdauer Holy Alter Schwede Geil Das ist ja geil mit den Wölfen Ey, da ist einer zum Quatschen Lass mich mal mit dem Reden Alter, was gibt es denn hier noch alles Das ist ja geil mit den Wölfen Geil Geil So und weg hier. Ich wollte eigentlich mit dem Dolly da drinnen reden. Alter, ich habe keine Munition mehr. Lass mich doch mal in Ruhe. Natürlich. 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 Mal gespannt, ob ich das noch schaffe hier. Hä, anscheinend nicht. Oh fuck, ist das knapp. Holy shit. Ich habe kaum Munition. Das wird halt einfach eine scheiß Runde für mich werden. Okay. 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 oh man uff 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 Oof, oof, oof. Äh, ja, sorry, wenn ich so leise bin, aber ich bin da immer sehr konzentriert. Äh, ja, fahren wir erstmal schnell in die Zone, würde ich sagen. Oh, okay. Okay Ach komm Egal Ich bin 17er 17er Vor allem 17ter geworden Habe gut ein paar Aufgaben Ich habe XP bekommen Was will ich mehr Schade nur Dass ich nicht noch in die Top 10 gekommen bin Aber ist mir egal Äh Ja Ich habe 5 Sternen Ich habe ein Level Up Wollen wir mal gucken Battle Pass Nein Wir gönnen uns noch nichts Aufträge technisch Ja das Hammer Hier haben wir uns schon 2 abgeschlossen Easy Chillig Wo ist denn eigentlich Äh Kugler zurück Okay Das hier noch Ich muss noch auf Ein Wildschwein Pflanze Interagieren Verlauf eines Matches Mit Sonnenvogel Und Mond Falke Müssen wir mal gucken Ob das Hinkriegen Aber das machen wir In der nächsten Folge Wenn euch die Folge Ein bisschen gefallen hat Lasst gerne einen Daumen nach oben Da lasst Kommentare da Und ich hoffe wir sehen uns Im nächsten Video Bis dann bleibt uns spannend Genießt den Tag Und bye 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 Rockstar Dance Until I Drop My Life Is Hard If My Home Is The Club Mastig Is The Dance Your Party Never Stop Bis zum nächsten Mal.